Der 41-jährige Schauspieler und aktuelle Dschungelcamp-Kandidat Felix von Jascherow ist frischgebackener Opa. Seine Tochter brachte vor einem Jahr einen Jungen zur Welt und Felix ist voller Stolz. Er ist ein kleiner Frechdachs, ganz der Opa. Ich bin sehr stolz, verrät er gegenüber RTL. Obwohl er selbst mit 23 Jahren Jungvater wurde, betrachtet er sich nicht als Opa, sondern als jemanden, der die Zeit mit dem neuen Familienmitglied genießt. Felix, der bereits zwei Kinder mit unterschiedlichen Frauen hat, betont, dass seine Familie stetig wächst und Familienzuwachs immer willkommen ist. Der Schauspieler ist entschlossen, die Privatsphäre seiner Kinder zu schützen. Sowohl seine Kinder als auch sein Enkel werden nicht öffentlich gezeigt oder namentlich genannt. Er nennt seinen Enkel liebevoll Junior. Trotz der Jugend seiner Tochter als Mutter gratulierte Felix sofort zur Geburt und unterstützt sie als stolzer Großvater. Derzeit ist seine Tochter Vollzeitmama. Aber es wird erwartet, dass der stolze Opa in Zukunft auch mal den Babysitter spielen wird. Neben dem erfreulichen Ereignis des Großvaterwerdens verlobte sich Felix erst im Dezember letzten Jahres mit seiner Lebensgefährtin Alexandra-Sophie Winterberg.